Ein Ford Grand Tourneo steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen weißen 5 Thüringen Platz. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, Multifunktionslenkrad und vieles mehr. Der sparsame Diesel überträgt eine Leistung von 75 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 18.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Musik Bis zum nächsten Mal.